Und ihr seid lieb und schießt bitte jetzt den Blitz auf mich, damit ich jetzt nicht irgendwie komisch dodgen muss. Na egal, hat funktioniert. Es hat funktioniert! Und hört auf so komisch zu rasseln, das macht mich kirre. Ja, das war gerade auch irgendwie so... Entscheidung zwischen Köpfen und Gehängtwerden. Oh. Sehr gut, heil. Sie ist down. Sein Schwert möchtest du mir nicht droppen? Schade. So, hier jetzt einfach wieder wie gehabt durchrennen. Oh boah, sie haben es umgestellt. Möchtet ihr die Kugel nicht wieder hierhin schießen, kurzweilig? Schade. Nein, ich muss ihn fighten, glaube ich. Pieks! Ja komm, wenn du mich nicht mit deiner Waffe hätten willst, dann pieke ich dich halt in den Rücken, bis du stirbst. Jetzt ist die Frage, nehme ich einfach den Lift? Ist das einfacher? Geht das schneller? Ne, ist es nicht. Ähm. Wie ging das noch? Man konnte da irgendwie durchcheesen, das weiß ich. Oder einfach schnell genug rennen. Vielleicht geht das auch, ich weiß es nicht mehr. Hey, es funktioniert. Das ist doch schon mal nice. Jetzt sind wir schon mal hier, das war schon mal ein Arterpart, der wegfällt. Mit dem Schild komme ich da durch. Oder mit dem Schild habe ich die Konfidenz, da durch zu rennen. Das mache ich aber ohne Schild nicht. Weil ich jetzt einfach nicht mehr sterben will gerade. So komm, weißt du was? Dich nehme ich auch mit der Einfachheit halber. Oh, boah. Ich sehe nix! Sei lieb! So, so sehe ich wieder ein bisschen mehr. Danke dir fürs Lieblings. Du warst lieb! Küsst ein Leckerchen durch den Bauch. So. Bei denen weiß ich immer noch nicht, wie ich die richtig falten soll, muss, kann, darf. Okay, ich spamme einfach R1. Rt. Rb. Xbox-Namen und so. Laufen. Gott sei Dank. Halleluja und Gott sei Dank. Wenn ich mich jetzt nicht mehr ganz doof anstelle, bin ich am Bonfire. Hoch. Hoch. Runter. Bonfire! Fürs Level reicht es immer noch nicht. Da brauche ich noch 1.000 Seelen und eine kleine habe ich nicht. Richtig? Richtig? Falsch? Richtig? Doch, habe ich. Das sind jetzt 3.000 und nicht 1.000, aber... Ne? Kann nicht schaden. Ja, 1.000 ist aber wirklich gereicht. Ähm, ich könnte noch die andere nachschmeißen, dann kann ich noch ein Level machen. Das ist auch schön. Das gefällt mir sogar gerade sehr gut, der Plan. Habe ich nicht auch Dex auf 20? Habe ich alle 3 Stats, die ich haben möchte, auf 20? Level up! Dexterity auf 20! Und ich habe noch 800 Seelen, die ich verlieren kann und will und werde, wenn ich dann sterbe jetzt. Brauche ich irgendwas von hier? Nein. Sprich, ich mache mich menschlich? Und... Ja. Ganz ehrlich, ich nehme Tacos mit. Ich weiß, wüsste nicht, warum nicht. Wenn man schon bei so vielen Bossfalls einfach... Huch, wer bist du denn? Hallo? Oh nein. Nein. Alter, auch wenn du ein verdammt geiles Setter anhast, aber nein. Ich liebe den Schild, ich liebe die Waffe, ich liebe die Maske. Oh nein! Nein, keine anderen Menschen. Läuft irgendwo Musik? Oder quietscht dir nur eine Scharniere, das könnte ich auch so sein. Ist ja gut, mein Großer. Ja, schieß mich doch weiter mit deinen Kackfallenab. Ist mir doch egal. Oh boah, aber mit einer Plus-Fünf-Waffe war ich hier auch lange nicht mehr, glaube ich. Das wird lustig. Ich glaube, ich kriege nicht meinen scheiß Ball dann halt gleich in Ruhe tot da, ohne Parry. Hat der unten eine Nahkampfwaffe? Ich weiß es nicht. Ich habe den immer nur mit Armbrust direkt von einem Schlag getötet. Jetzt mal ehrlich gesagt. Au. War gut, dass man mit der Waffe einfach eine halbe Stunde spammen kann, bis irgendwas stirbt. Spam, bis zum Tod. So, Pott raus, für jedenfalls ich Pott brauche. Kuckuck. Machste gut. Blut. Ja, und viel anders ist der Boss-Fallgleich auch nicht, ehrlich gesagt. Renn zwischen seinen Beinen durch und piekst ihn in den Waden. Oh, das war knapp. Das gebe ich zu. Da habe ich die Rolle gemisst. Oh. Stirbst du auch irgendwann mal? Ja, ist gleich dauernd. Einmal noch bluten, dann seiwisch. Okay, vielleicht noch mal bluten. Geht doch. Gebt mir Loot. Dankeschön. Und 3.000 Seelen. Nice. Nice. So, Tarkus, wo bist du? Ich will dich einfach nur mitnehmen, weil du der Eier und Tarkus bist und ich dich immer noch cool finde. Das habe ich jetzt schon mal erklärt, warum. Eben, weil er einfach hier alles gemacht hat. Der hat die Glocken geläutet. Der hat den dicken Düken da besiegt. Deshalb steht er jetzt auch hier hinterher, warum auch immer. Und der ist bis nach Anno Londo reingekommen und dann irgendwann vorm Geländer gefallen. Heldenhaft. Komm ran! Juhu! So, bin ich männlich oder heile ich mich vorher? Ich heile mich vorher. Ähm. Kritten kann ich ihn nicht. Deshalb. Ich nehme einfach mal RTS auf. Wenn es sich ergibt, dann ergibt es sich. Wenn nicht, dann nicht. Kuckuck. Ehrlich. Nicht mich runterschmeißen. Oh, danke dir. Ich lebe. So, guck mal. Ich lebe sogar sehr gut gerade. Oh, boah. Lass den Takus leben. Wo auch immer du jetzt hinhauen wolltest. Alter! Das ist so eine clunky Animation. Lass das sein. Jetzt fokuss den Takus. Das ist nicht gut. Obwohl das doch gut. Die Animation ist immer noch clunky as fuck. Jetzt komm ins Taumeln, du dicker. Er taumelt. Sehr gut. Wer taumelt, der fällt. Komm, du kippt doch um. Du solltest umkippen. Danke, Takus. Tschüss, Takus. Und weiter nach Londo. Londo. Ähm. Das ist ehrlich gesagt gerade sogar eine Scheißidee. Weil ich brauche immer noch die Peculiar Dole. Ohne die lohnt es sich gerade nicht weiter zu gehen. Ah. Ja, ich kann ja einfach mal zum Bonfire laufen. Und dann ein bisschen Terz machen. Das ist ja kein Problem. Hey, die Katze wird sogar seltsamerweise funktioniert. Und ich habe sie weggedrückt. Dankeschön. Aber ich habe auch keine Lust, jede Katze einfach laufen zu lassen. Habe ich sie ganz laufen lassen? Ich habe sie nicht ganz laufen lassen. Naja, fast. Aber ich will jetzt auch nicht die ganzen Katze einfach durchlaufen lassen, weil wirklich der Großteil einfach nicht funktioniert. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Regelmäßigkeit hat, dass Katze in A funktioniert, Katze in B nicht. Oder dies oder das oder wie auch immer. Ich habe keine Ahnung. Ja. Setz dich. Level ab. Dexterity. Fünf Level. Nice. Kriege ich das auch noch eben hin? Das wäre nice, aber ich glaube irgendwie gerade nicht dran. Ich könnte die rein schmeißen. Die bringt aber glaube ich ein bisschen mehr. Weißt du was? Ja. Puff. Oh, das war nice. Das dürfte sogar jetzt echt für zwei erreichen. Perfekt. Endurance. Endurance möchte ich euch noch bis 25 hoch und dann belasse ich es da erst mal. Dann kann ich noch, ähm... Dann zelt ihr auch erst mal bis 25, dann würde ich es auch erst mal belassen und dann, äh... Decks bis 50 ballern. Das, wenn ich die Waffen irgendwann mal habe, die gescheiten. Dann kann ich auch mal eben flott... So... Damage machen. Irgendwann mal. So viel Damage man mit dem Dagger auch machen kann. Also für PvP-Bilds sind die ganz nett, weil hoher Crit-Schaden und schön schnell, dass man einfach immer austeilen kann, wenn man auch ein bisschen stagern kann. Und einfach eigentlich runter. Theoretisch... Ja... Praktisch garantiert nein. Wenn man schießt, bestimmt. Aber man kriegt da nicht, deshalb lassen wir es einfach mal sein. So, bringst du mich zurück? Floop. Der ist ja gut. Jetzt ist die Sache, ich habe den scheiß Selkie nicht, das heißt, ich muss hier runterlaufen. Toll! Das war echt gut von der... Tschüss. Gibt es nicht nur irgendeinen anderen Shortcut? Ich meine nicht, ne? Aber der Selkie ist doch, meine ich, auch da hinten direkt. Kann ich hier runterholen? Ich kann hier nicht runterholen. Du lebst noch! Was bist du denn für ein Wichser? Bist du da runter? Garantiert. Das heißt, um den Sprung zu schaffen, brauche ich 30 Frames. Sonst geht es gar nicht. Und ich bin hier falsch. Kacke! Ähm. Der Weg dürfte aber nicht allzu lang sein, rein theoretisch. Ja, genau, ich muss da nur hier hoch. Ha! Sprung geschafft! Geil! Äh, ja, jetzt hoffe ich nur, dass ich hier auch richtig bin, weil ich verwechsel das, glaube ich, immer, wo der Selkie ist und wo das andere war. Äh, hier, Richard ist Rapier und Richard mit seinem Rapier. Aber ich meine, das wäre hier gewesen. Jawohl. Okay, das war ein One-Hand-Ka-O. Das habe ich nicht kommen sehen. Das war fies. Das war ziemlich fies. Merke, einfach, Stunlock, A1, Spam, fertig. A1, Spam. Spam, 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 Spam. Äh, hab ich noch? Ja, aber ich weiß jetzt, dass da der Cage-Key ist. Ich hoffe, dass ich den Sprung nochmal schaffe. Weil es kann auch passieren, dass ich den Missile, ehrlich gesagt, und dann kann ich den Cage aufmachen und dann habe ich da schon mal einen richtig, richtig schönen Shortcut, wo ich von oben bis unten da herfahren kann. Rein theoretisch jetzt erstmal. Du! Stirbst dabei nicht, das finde ich scheiße. Aber naja, ist ja auch Wumpe. Ja, schießt du weiter deine Pieksse, Pfeile, das ist mir ganz egal. Das ist mir sowas von kacken egal, das glaubst du gar nicht. Solange ich dich jetzt gerade nicht mehr am Arsch habe, ist mir alles egal. Und ich frage mich immer noch, was dieser Baldonight da hinten macht, weil... Der ist da einfach und der bewacht nix, der macht gar nix. Oh, das war knapp. Yowsers. Yowsers. Und wir ziehen hier. Und wir können der